Ich komm's mal mit auf, sie hat nur sie dir glühen. Ich lukke dir, oh, wer da vorgallt. Sag mal, wo kommst du jetzt denn her, Opa? Er kommt von der Spielhalle. Was wolltest du jetzt denn schon wieder bei der Spielhalle? Er muss mitspielen. Opa, heute ist Freitag. Der AEV hat Spiel frei. Und die Häpple ist eh, oh, so ein Stieglinger. Opa, der AEV steigt ab. Die spielen Sonntag. Da kannst du hin. Sonntag. Der AEV ist eh, oh, so ein Stieglinger. 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 Der AEV ist eh, oh, so ein Stieglinger.